Herzlich willkommen zu unserem Special zum Science-Fiction-Klassiker «Unheimliche Begegnung der dritten Art». Hallo und herzlich willkommen zu einer grossen Premiere. Bei Start-Wi geht es ziemlich verrückt zu und her. Warum? Ganz einfach. Ab heute zeigen wir die Kultserie «Adams Family». Und die Familie ist alles andere als normal. Der Vater Gomez sprengt am liebsten Modelleisenbahnbrücken in die Luft und die Mutter Morticia, die züchtet fleischfrenzende Pflanzen. Dann gibt es natürlich noch die Kinder «The Puxley» und «Wednesday», «The Uncle Fester», «Die alte Grandmama» und der riesengroße Butler «The Lurch». In der ersten Folge besteht die Behörde darauf, dass die Kinder der «Adams Family» endlich eingeschult werden. Aber was denen kommt, das stellt einem effektiv Tor auf. Viel Spass bei der ersten Folge von «Adams Family» auf Start-TV. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star-Report. Mit seiner einzigartigen Stimme und Songs wie «You Send Me» oder «Wonderful World» wurde Sam Cooke in den 50er und 60er Jahren zum Pionier der Soul-Musik. Herzlich willkommen bei neuem Kino. Wie immer nur bei Start-TV und wie immer nur mit mir, dem GJ. Und natürlich auch wie immer nur mit der Agenda von Damiana Mariani. Los geht's. Der Anfang macht die Reportage von Martin Pranitsch. Er hat sich für euch den Film «Shine a Light» angeschaut. Ein Film vom legendären Martin Scorsese über die ebenso legendären Rolling Stones. Viel vergnügen. Das ist es schon wieder gesehen von neuem Kino. Wir sind fertig. Der GJ sagt Adieu und schön, dass ihr dabei war. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Was für eine Figur, die ihr genannten vier Grossstadt-Ladies auf der Kino-Leinwand abgehend, das weiss Raya Abidachet, die sich mit Sarah, Jessica Parker und Co. unterhalten hat. Willkommen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von 3+. Es ist Samstagabend und damit erwarten Sie Ihren Lieblingsagent auf Ihrem Lieblingssender. Der Mr. Bond empfängt heute Liebesgrüsse aus Moskau. Wow. Spannender könnte sie eigentlich gar nicht ins Wochenende einsteigen. Was will man eigentlich noch mehr? CSI Las Vegas, Bones die Knochenjägerin, Criminal Minds und alias die Agentin an einem Obig. Das schafft definitiv nur 3+. So, ich hoffe, die sind vorab bei meinen Interviews nicht eingeschlafen, aber die Vibes sind halt im Salzhaus eben extrem auf Chill-Mode eingestellt gesehen. Also, heute gibt es zwei Ausschnitte aus dem Flugstoff-Video, die Auflösung vom letzten Rettbewerb und wie immer eine neue Chance, um etwas zu gewinnen. Jetzt gehen wir zuerst einmal die NWA mit einem Klassiker, straight out of Compton. Weder Nebel noch Wind hat uns Wild Riders davon abgehalten, die unpräparierte Piste abzuheizen. Jetzt sind wir in gerade noch das Finale auch von den Herren. Erster wurde ist dann übrigens der Paul Schwarzenbacher aus St. Anton, vor dem Andrea Gabel aus Flings und dem Alexandre Goudre aus Odnanda. Bei den Frauen ist die einheimische Anna Karl-Erschi geworden, vor der Andrea Kuster aus Ros und der Yvonne Müller aus Zürich. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es dann heisst OIT mit dem GJ. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.